Also der Herr Bischof und ich, wir arbeiten schon längere Zeit zusammen. Ich wollte meinen Künstlern auch mal die Gelegenheit geben, in Berlin auszustellen. Und so ist dieses Konzept eigentlich entstanden. Die abstrakte Kunst steht natürlich im Vordergrund. Also bei mir gibt es ganz, ganz selten figurative Kunst. Ich habe internationale Künstler, wie man jetzt auch hier in dieser Ausstellung sehen kann. Aus Italien, aus Frankreich, aus Holland, aus der Schweiz. Und auch Künstler, die in den USA leben. Zwei Künstler aus Wiesbaden. Es ist eigentlich ganz gemischt. Es ist so, dass auch zur Zeit in der Ausstellung in Wiesbaden bei der Galerie Nährung Arbeiten aus meinem Programm hängen. Wir machen also praktisch Ausstellungsaustausch. Mein Programm steht eigentlich schon seit vielen Jahren fest. Seit 25 Jahren hat sich das entwickelt. Eben auch in erster Linie informelle Kunst, abstrakte Malerei, auch Skulpturen. Und bis hin zur figurativen Abstraktion, würde ich mal sagen. Diese Art von Malerei, die wir hier sehen, die ist sehr stark an offenen Formen interessiert. An Formen, die eigentlich nicht definiert sind, die nicht geometrisch oder sonst irgendwie definiert sind, sondern die eine Offenheit haben, eine Bewegtheit haben. Und das bringt auch natürlich ein sehr sinnliches Element mit hinein. Das heißt, da hieß die Farbe, das Farbmaterial am Wirken, am Arbeiten. Es ist in Bewegung, es ist in einer Formfindungsphase oder es ist in einer Phase, in der die Form wieder sich auflöst. Also das heißt, da ist ein sehr spannender Prozess in der Sinnlichkeit, in der visuellen Wahrnehmung von Farbe zu sehen. Und das gilt eigentlich durchgehend für alle Künstler, die wir hier sehen. Das Werk hat keinen Sinn, es ist ein Werk, das ist ein Werk, das ist ein Werk, das ist ein Werk, das ist wie mein Herz kommuniziert mit der Realität. So, ich prepare this type of canvas with lawyers and lawyers and lawyers and lawyers. And when it comes out the skin of the lawyers, so that is the skin of my soul. That's how I communicate with the reality. Krilycon canvas, so it's only one color and the pushing, the press that I make on the canvas is different. I use this to really to come out the skin of the color. Gemeinsamkeit in den Arbeiten ist die Abstraktion und ist ein informeller Impuls, das heißt ein gestischer, bewegter Impuls. Das gilt für fast alle Arbeiten gleichermaßen, aber es gibt da schon Schwerpunktunterschiede. Das hängt natürlich auch mit den unterschiedlichen Generationen zusammen. Das sind ja nicht alle Künstler aus einer Generation, das gibt von Anfang 40 bis über 80. Und das ist auch spannend zu sehen, wie sich in den verschiedenen Generationen auch eine unterschiedliche Formensprache entwickelt. Wenn man zum Beispiel die Todi Auburter sieht aus der Schweiz, das ist klassisches Informell, das ist wirklich so eine Ausdruckssprache, Gefühlsausdruck in der Pinselsprache. Und wenn man das Gegengewicht die jüngeren Künstler sieht, wie hier die Caro Joost aus München oder Luca Brandi aus Florenz, dann sieht man, da ist eine sehr viel objektivere Haltung. Da ist das Subjektive stärker zurückgenommen. Hier geht es mehr um eine beruhigte Oberfläche, um ein Material, das mehr objekthaft wirkt. Da ist die Subjektivität mehr herausgenommen. Da ist nicht so sehr dieser geistische Impuls da, sondern mehr die stille Wirkkraft der Farbe und der Objekte selbst. Was ich ganz spannend bei der Caro Joost finde, das ist eine genial einfache Idee, bei der man sich einfach wundert, dass da noch nie jemand drauf gekommen ist. Was die Caro Joost macht, das ist eine ganz neue Gattung, die nennt sich Street Prince. Sie macht Abdrucke von Straßen. Das heißt, sie geht auf die Straße, wählt ein Segment aus und nimmt mit einem besonderen Material einen Abdruck davon. Sie ist dann einfärbt, monochrom einfärbt, damit die Farbe hier nicht so sehr sich vordrängt und die Struktur verändert und macht aus diesem Abdruck ein Bild. Und dieses Konzept, das ist so genial einfach und völlig überzeugend, weil es so sehr gefüllt ist mit Inhalt. Weil diese Straßen, die sind natürlich sehr sorgsam ausgewählt, die haben bestimmte Bedeutung. Das hat mit den Reisen, mit den Erfahrungen der Künstlerin zu tun. Das heißt, es hat sehr viel Erfahrung und Erinnerung gespeichert. Es hat aber auch sehr viel mit der Kunstgeschichte zu tun. Also zum Beispiel nimmt sie Abdrücke von Plätzen vor dem Wohnhaus von berühmten Künstlern, von Kandinsky oder von Franz Klein als Künstler, die sie auch bewundert und wichtig findet. Das heißt, da wird dann ein persönlicher Bezug auch zur Kunstgeschichte hergestellt. Das heißt, so einfach diese Objekte, die auf den ersten Blick sind, die sind unheimlich gefüllt mit Erfahrung, mit Erinnerung und mit der Verbindung zur Kunstgeschichte. Das heißt, so einfach diese Objekte, die sind unheimlich gefüllt.